Tipp Nummer 6, Angeln an der Windseite. Wenn wir milde Wintertage haben und die Sonne scheint, erwärmt sich das Oberflächenwasser. Haben wir dazu noch Wind, drückt er die warme Wasserschicht an ein bestimmtes Ufer, sorgt dort für eine Umwälzung und erwärmt den gesamten Flachwasserbereich. Das mögen die Hechte, Barsche und Weißfische und halten sich deshalb gern in diesen wärmeren Bereichen auf. Hinzu kommt noch, dass viele Gewässer jetzt im Winter extrem klar sind. Eine leichte Trübung durch den Wind und eine leicht gekräuselte Wasseroberfläche unterstützen die Tarnung des Hechtes und verbessern seine Jagdbedingungen. Das führt zu einer höheren Aktivität und steigert unsere Fangwahrscheinlichkeit. An der Uferseite zu angeln, auf die der Wind steht, ist im Winter immer eine gute Idee. Fisch. Da ist der Hecht. Windoptikant, Fisch in der Hand. Die Seite, auf die der Wind draufsteht, da stehen auch die Fische. Da ist unser Köder und da ist unser erster Winterhecht des Tages. Untertitelung des ZDF für funk, 2017